Wer hat da eine Holzleitung, wollte ich schon sagen, jetzt geht es schon mal los hier. So, konzentrieren wir uns, ja, auf Sehnsicht, Heimatdinger. Woher weiß ich, dass ich im Promo bin? Kann man das irgendwo sehen? Ich habe da ja keine Ahnung. Ja, und genau, wenn man eigentlich, wenn es man mal genau nimmt, ich war ja, ich bin ja letztes Match auch schon in der Bronze 4 Promo gewesen. Und der Pantheon, der sich beschwert hat, dass es so nubig ist, der müsste doch theoretisch im Ranked auch Bronze 5 sein und ist dann nicht mal in der Bronze 4 Elo, oder? Könnt mich gerne berichtigen, könnt gerne in den Chat schreiben, wenn das nicht so ist, aber ich glaube... Dann, I, would, be, on, top, of, the, world. Null. Hallo? Oh, jetzt helfen die mir nicht mal. Ihr Nacken. Wie soll ich das denn schaffen? Early Gang Top ist bestellt. Geht raus. Ich hoffe... Ich hoffe, die, äh... Framerates... Oh. Das bleibt alles einigermaßen konstant. Ich gehe doch jetzt noch um. Äh, ich gehe ja normalerweise zur Krabbe. Oh, das ist aber nicht gut hier. Und da warte ich aber ein paar Sekunden. Ich will jetzt nicht warten auf die Krabbe, ich will direkt weitermachen. Dann hole ich mir gleich vielleicht, äh, die Krabbe oben. Weil ich kann die Raptoren, will ich so nicht machen. Ich habe dann auch noch keinen Smile Up. Dann, ja, Riven ist natürlich scheiße am Anfang. Das ist ganz klar. Oh, das ist aber hier... Hm... So flüssig ist das halt nicht. Ich hoffe, das schadet mir nicht gleich. Boah, gut, das ist was anderes. Ach, Mann! Oh, Mann! Ich kann aber leider nicht mit. Nee, irgendwie schaffe ich das nicht. Ich muss mal eben... Schauen. Äh, schauen. Gut, job. Gut, job, gut, job. Ich muss back. Und ich muss auch... In der Theorie... Kann ich hier raus? Kann ich nicht raus. In der Theorie müsste ich eigentlich... Weil ich den Stream ausmachen, wenn ich hier vernünftig spielen würde. Mach ich aber jetzt natürlich nicht. Hol uns jetzt den Rack und dann... Dann geht das richtig los. Dann muss ich halt... Die Mini-Legs muss ich ausgleichen durch... Hm. Durch können, ne? Durch können. Wie immer das zustande kommen soll. Jetzt kann ich die Leute auch smiten. Das ist eine ganz leckere Sache. Ich werde gleich nochmal Job ganken. Jo, Marit. Du bist der Beste. Brauche ich nicht einen Smite, ne? Ja, da sieht mich der alte Lappen. Lasst mich auf sie los. Wo bist du? Wo sind die alle? Junge. Ich gehe einmal hier rum. Ja, das ist nicht ein Gelbschen. Kacke! 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 Wenn die denkt, ich bin weg. Ein Verbündeter wurde getötet. Aber glaubt die nicht. Das glaubt die gar nicht! Hat's auch richtig. Ne, komm. Er ist jetzt ein weiter, weiter Weg. Aber... Und nochmal hier. Los geht's! Dommage! Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Hört sich natürlich gut an. Alter, Dommage, du! Das war gut, ne? Das war Free Damage für ihn. Oh, jetzt nochmal richtig... Alles im Rahmen, alles cool. Gut, Ansagen kommen, ist doch gar nicht mal so scheiße. Ich hab, ich hab, Ulti! Oh. Aber ich hab auch hier nicht gute Leitung. Gott. Was kann ich tun? Ich weiß nicht. Ich komm mit dir. Lasst mich auf sie los. Okay, ich hab noch einen Pot. Und seh gut aus. Das ist halt wichtigste. Okay. Alles gut. Gut, das läuft einigermaßen flüssig, wa? Normalerweise würde ich warten, weil das bringt jetzt nichts, wenn ich den Red hole und dann zurückgehe. Verliere ich ja Zeit, aber ich mach's jetzt trotzdem. Ich kann das auch noch nehmen. Ich kann das auch noch nehmen. Und das geht jetzt schon ein bisschen flüssiger. Also du, wenn, wer dazu guckt, auch immer, du musst ein knallharter Hund sein. Das sag ich dir. Das gefällt mir. Was machst du da? Kann ich hier. Und die kommt aber auch nicht, ne? Die schafft. Gut. Sehr gut. Braucht keine Hilfe. Und wir gehen auch hier wieder aufs Angriffstempo, weil es vorher so wunderbar geklappt hat. So, 2-2. Das Spiel ist ein bisschen langsamer als die anderen. Ich geh lieber auch mal dahin. Ich mach auch nicht hier auf den... Ich schau auch nicht auf den Bommel drauf. Sonst wissen die, dass ich da kommen. So, jetzt müssen wir mal was reißen. Ich weiß, dass der Warwick vielleicht in dem Busch hier ist. Ich weiß, dass der Warwickler nicht in dem Busch hier ist. Dann können wir den Jungle nehmen. Überraschung. Da bin ich wieder. Ausgewichen, du Lappen. Ich überlege, ob ich den Drake nehmen kann. Es ist sehr schwierig im Moment für mich einen sauberen Gang zu finden. Lass mich auf sie los! Kann? Nein, die ist leider im Arsch, die Pflanze. Dann gehe ich von oben ran. Ich gucke erstmal, wo ich mir die Scheiße mache. Oder ich hole mir hier den, den Affen. Ah, shit, ne? Oops. Los geht's! So. Alles klar. Ja, dann haben wir wieder tausend. Wer auch. Ich fühle mich gerade nicht gut hier hinzugehen. Besonders, weil ich nur 16 FPS gerade hatte. Überraschung! Da beam ich wieder! Da beam sie! Ich bin! Ah! Falschling! 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 Ja, das war aber nix, oder? Ich weiß nicht genau wie, aber wir haben es geschafft. Ich habe alles einfach geused. Easy! Mach mal hier. Komm, kriegen wir wenigstens ein bisschen Schaden auf dem Tower. Hihau ab! No, Forrest! Das kann ich sagen. OMG. Hätte ich einen Red Buff gehabt, wäre der Dote. Hätte, hätte, hätte. Hauptsache, ich habe für Warwick E-Malad E ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt hab ich das eh nicht... Geil! Könnte was werden. Scheißenreck! Ach, die eine! Mann, die macht mich wahnsinnig! Geil! 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 Komm heran, du alter Affen Arsch! Schade! Geil! Ich get you! Das war die Ulti nicht mehr. Ansonsten hab ich auch nichts mehr. Aber ich mach... Geil! Geil! Das war so cool! Ohhhh... Kleiner... Kleiner Warwick! So, ich mach das jetzt mal so, weil ich muss jetzt auch mal weg. 2, 7! 2, 7! Und... Oh ja! Das brauchen wir... Gunblade! Erstmal... Wartestellung! Erstmal das! Die beiden! Ich hol mir beide! Pfff! Das kostet die Welt, ne? Wahrscheinlich ist hier jetzt weg. Äh, der Blue ist weg, wahrscheinlich. Es sind 20 Minuten vergangen und wir haben 11 Kills. Ich hab nur 2. Aber zu 0 noch. Noch. Da oben ist der Warwick. Alles klar. Ich weiß, wo die Leute sind. Und ich weiß, der Blue ist weg. Wie gesagt. So, ich komm jetzt noch unter. Scheißegal, wir holen uns die jetzt. Da bin ich wieder. Ah! 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 Activate! Ah! Ah! timber! Was? Ah! Ah! Bin nach der M çokne mit dem! Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin... Jax? Huh! Das war ein großer Schritt. Was macht ihr hier überhaupt noch so rum mit so einer großen Fresse oder der Twitch? Hier ist kein Tour mehr. Wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Licht in die Sache bringen können. Oh! Schon wieder die Multi ab. Es ist einfach köstlich! Jetzt ist es köstlich. Kriege ich vielleicht den Red? Das wäre noch das. Da wäre die Krönung. Los geht's! Da tanze ich aber hier in Limbo. Der Potter Depp würde ich sagen. Alles? Alles? Gigi! Die... Ja! Jax ist nicht aufzuhalten. Das war mir schon klar. Alles! Alles haue ich einfach um! 5-0! Oh! Ich hätte vielleicht die Ulti nehmen sollen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das hätte auch nichts gebracht. Aber nicht schlimm. 5-1! 5-1! Wie? Habe ich denn einen nicht gekriegt? Schade. Oh! Das ist dann doch nochmal blöd ausgegangen. Egal. Ähm... Hallo, neuer Zuschauer! Du bist gerade Zeuge, wie ich versuche, Bronze 4 zu erklimmen. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Wir haben schon... Ein Game... Ne, machen wir erst mal was anders. Ein Game direkt mal verloren. Weil ich auf einen blöden Champ gedrückt wurde und... Nein, der ist nicht blöd. Das ist ungerecht. Nocturne ist nicht blöd. Ich kämpfe jetzt gerade ein bisschen mit Lag. Aber das macht nichts. Wir werden dieses Game gewinnen. 8-16, 5-1 für mich. Aber es ist noch lange nicht alles durch. Das kann sich immer noch drehen. Die Annie ist eine fiese. Ein ganz fieser Möpp. Und... Bleibt dran, Leute! Bleibt dran! Und wenn es nur darum ist, damit ihr lernt, wie man es nicht macht. Donnerstag wird die Hälfte von meinem Twitch-Stream auch neu sein. Mindestens zwei Matches. Dann mit Team, das ich gerade dabei bin zu formieren. Wird großartig so. Großartig! So. Habe ich ihr das Gold gelassen? War ich so ein netter Typ? So. We're pushing in die Mitte. Weil wir's können! So. Und wie Andy, ne? Wir müssen jetzt langsam aber hart auf den Keks. Das Universum will Ordnung So nicht So nicht Das war großartig Da muss ich mal selber kurz Mir auf die Schulter klopfen Das war nicht schlecht Thank you Das ist Balsam On my Schon Wo ist Ach Und die Leute haben gesagt Wir bringen dich hoch Du gewinnst die Promo Haben sie gesagt Und bis jetzt Sieht ganz gut aus Aber wir sollten Vielleicht ein bisschen Objektiv Fokussiert Rein Wirken Ey Ey Okay Geht an sie Der Punkt geht an dich Ich guck mal Dass ich hier Ein bisschen Die Sicht Kriege Es läuft gut Lasst mich auf Hier los Was ist denn hier los? Warum? Also den Normalerweise den Jax mache ich ja Gucken Das ist nicht gut Für dich Ich bin so geil Ich bin so geil Get him Mal hochheilen hier 8-1 nicht ziemlich schlecht wir können pushen, oder? nein, 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 zurück, 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 zurück lasst mich auf sie los aber kleine baron-vorbereitung, vielleicht never know gleich habe ich die hydra, das heißt ich habe mehr leben ja, 8-1, sieht ganz gut aus mann, Leute wo bleiben denn alle? 20 vor 10 schon ich habe mir doch vorgenommen, jeden Stream einen neuen Follower wie soll ich das denn schaffen? brauche ich... ich brauche nix, ne, ich brauche keinen Tank scheiß wenn ich jetzt noch ganz gut können, mach mal den Spaß ähm, den, den können wir uns wass? warum? immer die MF lapp du-du-du-du-du-du Jeder will die Riven Holt euch die Riven los Bye bye Nicht schlecht Not bad Habe die Riven Die Riven ist gewillt Okay, 20 FPS gerade Nicht gut Oh, ein bisschen Ja, ich habe gesagt Over ist es noch nicht Boah, der wird jetzt so Opfer davon aus dem Leben geböllert Schade Ich versuche es Versuche den Blue Ich meinte den jetzt nicht Wenn kriegt, kriegt Heimer, Bart Ihr müsst auch Unter Umständen worden Ich sage es noch Mann Ich drehe ab Die Lappen Hätten uns vielleicht Gefliegen können Wo sind wir hier? Von der Heimer Fichte Schwert des Todes Nicht geused Baut auch ein bisschen Leben Zum Glück habe ich die Hydra geholt Zack Jetzt habe ich aber ordentlich Lebensregeneration Wenn ich nicht im Fight bin Das ist gut Hallo Neuer Zuschauer Du wirst gerade Wahrscheinlich Zeuge davon Wie ich einen Fight In meiner Bronze 4 Promo gewinne Und Dienstags, Donnerstag wird gestreamt Manchmal LOL Donnerstags LOL Die Hälfte immer Zwei, drei Spiele mindestens Und ich bin am Team formieren dran Und überhaupt Wenn du wissen willst Wie man es nicht macht Hier bitte Follow da lassen Ja Ist ja auch mein Mein Goal Für jede Streamsitzung Einen neuen Follower Hey Ist nicht zu viel Oder Kann man mal machen So Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen Anstrengen Weil Gefühlt Holen die Lappen auf Außer der Blitzcrank Der fiedelt weiter rein Das ist gut Aber ansonsten Hm Hä? Heimer Was ist los With your life Was ist los? Right here in the camp BAM Wollen wir uns den Twitch? Nein, wir wollen uns nicht den Twitch Die sind jetzt drei Nur Kommt ran Kommt ran Naja, mein Ping ist auch nicht grad So unkrass Ich würde gerne Komm schon Was macht ihr Leute? Was macht ihr? Das ist jetzt die große Frage Ich lag Ja, ich auch Oh, wir pushen zu zweit Weg, 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 weg Das ist nicht gut. Wir sind echt gerade dabei, zu throwen. Doch! Wavegiant! Doch! Du warst schon mal dabei. Ich kann jetzt leider nicht einsehen, wer schon dabei ist. Oh Mann, es läuft so semi gerade, ne? Läuft so semi. Welcome back übrigens. Was machen wir? Können eigentlich nichts mehr. Ich kann nur noch gucken, dass ich mehr Tanki baue. Aber warum? Die Poppy ist doch eigentlich... Haben wir... Was ist mit der Poppy im Fight? Ich bräuchte die alleine. Aber die stellen sich halt nie alleine hin. Okay. Da gibt's Stück. Hier! Das Luder! Das Luder! Steht nochmal auf, die La... Oder? Jetzt habe ich das Ding nicht gekriegt, oder was? Die Krabbe? Lass mich auf sie los! Mann, Mann, Mann! Okay. Ne, es ist blöd, jetzt dagegen zu pushen. Ich hole mir den Red und dann... Hup. Nein! Nein! Arsch. Was finde ich dein Ernst? Mann! 11-3 Ich muss mal weg. Ich hab zu viel Gold. Zu viel Gold! So, jetzt muss ich mal schauen... Wo ist zum Leben? Was hab ich denn überhaupt? Also, was brauch ich? Ich brauch... der hat AP... Irgendeinen Scheiß... AD, AD... Hm... Das ist ganz nice. Aber will ich das haben? Nein! Ich will es nicht! Euer Team hat einen Turm zerstört. Okay! Scheiß, du brauchst zu lange. Ein bisschen mich beeilen, ja? Ich kann mich ja wieder so schön hochhalten. Hey! Mach's kaputt! Pfff... Los geht's! Diese kostet zu viel! Ich werde jetzt meine, äh... Schnubbies verkaufen. Also meine... Potts. Brauch ich nicht mehr. Ja, ist doch gut. Oder nicht? Es waren wieder 1-2 Fights, die liefen wieder zu unseren Gunsten. Ich bin nicht unter Reihe. 1,14 Minuten. Pfff... Also die komplette Promo, schau ich nicht mehr. Oder? Weiß gar nicht. Ich weiß nicht, kommt da noch ein Match? Bei Bronze und 5 wird mir nicht eins geschenkt. Weiß es nicht. Ich weiß doch schon mal nicht schlecht. Und Gold! Gold! Fitch wird jetzt kommen. Wo ist Fitch? Scheiße. Das wäre mal eine Chance zu abhauen gewesen. Hier unten ist er. Komm! Win! Ich habe keinen Bock mehr. Ich will hier gewinnen. Ah! Da war ich schon zu laut. Auseinander genommen. Der Twitch, der macht uns. Scheißen Dreck. Das ist wahrscheinlich GG, oder? Das könnte sein. Gegnerische Fünffach-Tötung. What? Penta! Ass. Ach komm. Machen wir das. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich habe mehr Leben, ich habe mehr Rüstung jetzt für den Twitch. Und eine kleine Chance. Aua Aura um mich rum. Naja, das schaffen die nicht. Können... Inip? Weiß ich nicht mal. Ja, wir sind eigentlich schneller wieder da. Alles gut. Alles gut. Ich gehe auf Twitch. Alles gut. Ich gehe auf Twitch. Ich gehe auf Twitch. Ich gehe mal hierher. Wer weiß, was es bringt. So, guck mal, wie ich hier regeneriere. Das ist... Ja, hat er recht. Hat er recht. Hat er recht. Kein Smite. Braucht keinen Mensch. Jetzt dürfen wir uns nur nicht catchen lassen. Das wäre einfach. So, zwei, neun, leben. Was ist der? Der ist weiß. Necomio! Run! You promised me! My... My Promo! Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe nichts mehr. Ich könnte das Jungle-Ding verkaufen. Das ist eigentlich ganz gut. Angriffstempo. Ich brauche da nur ein bisschen Angriffstempo. Ein bisschen Angriffstempo. Als Ersatz. Ein Gegner wurde getötet. Genau. Ich brauche keine Malerregulation im Jungle mehr. Ihr Team hat einen Inhibitor zerstört. Den Bild hatte ich noch nie. Sorry. Euer Team hat einen Turm zerstört. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht. Ich habe jetzt das AP, was ich auch mal brauche. Ich habe jetzt nicht auf sie los. 18 FPS gerade gehabt. Scheiße. Mann! Nein! Mann! Sack, entsackt. Push! Hier ist Johnny! Ein Verbündeter, die ihr gebetetet habt. Okay! Jetzt bin ich dein Ernst. Jawoll! Jawoll! 17,5! Oh Gott! Oh man, man, man. Ey, das ist ja richtig pünktlich gewesen. Da gibt's Zuschauen, Schuhen. Huh! Ich habe Schlüsselfragment natürlich verdient. S-, das ist okay. Auch das Minus. Ähm... Ne, ich muss tatsächlich noch eins gewinnen. Ich muss noch eins gewinnen, aber das mach ich heute nicht. Ha! Cliffhanger... 17,5. Boah, der Twitch hat nachher noch richtig reingehauen. Aber ich bin... Ich bin... Guter Dinge! Jawoll! Und das will ich sehen hier. Wie viel haben wir da gemacht? 44.285! Schade, die MF hat ein bisschen mehr gemacht. Twitch, ich habe mehr als Twitch gemacht. Wunderbar! Äh... Das ist... Das Ende. Vom heutigen Best-of-Bronze-Stream. Und wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe über 20 Punkte oder 20 Punkte ungefähr gemacht. Ein Match verloren. Ein Match gewonnen. Und wir stehen ganz gut da. Nächstes Mal mache ich vielleicht eins zum warm werden. Oder wahrscheinlich mache ich das auch off... Äh... Off-Stream. Weil nächstes Mal... Entschuldigung. Wird ja im Team gespielt. Und äh... Da gehe ich nicht hier... Mache ich das nicht so. Ne, ne, ne. Da meine ich nicht. Äh... Wenn ihr das seht, auch noch mal hier ein Follow da lassen. Oder YouTube-Channel gucken. Der ist unten verlinkt. Da kommt mehr LOL. Und auch noch hier eine Menge anderer Scheiß. Danke fürs Einschalten. Ich bin müde. Mir ist heiß. Und ich gehe jetzt ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.